Recht herzlich willkommen zur Globe 68. Folge von Arborion. Ja, wir sind hier und müssen dorthin fliegen. Das ist unser Tor. Da werden wir dann mal durchfliegen. Nord-Nord-West-Tor. Wir hatten ja hier keinen Erfolg in dem Sinne. Irgendwo soll hier ja noch ein schönes Versteck sein oder sowas. Aber das hier zu suchen ist wie die Nadel im Heuhaufen. Die werden wir da wohl nicht finden. Oder was ist das da? Ne, ist nur ein Brack. Also ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Weiß man natürlich auch nicht. Könnte auch noch sein. Können wir hier nochmal einmal rumgucken gerade. Wenn man ein Stück weiter fliegt, dass man das jetzt hier hat. So, ein Asteroid. Ne, ich glaube das ist nicht erfolgreich hier. was zu finden. Das wäre jetzt reiner Zufall, dass man das sieht. Gut, also weiter zum Tor. Schauen, dass wir da durchkommen. Okay, da sind wir da durch. Nächster Sektor. So, hier ist richtig was los. Carbon Extraktor, okay. Lass uns mal gerade gucken, dass wir hier das Teil wieder ausbauen. Hier nen Detektor. Wo ist er denn jetzt da? Und hier gibt es nix. Ach, da, okay. Äh, Handelssystem ist da. Also ja, hm. Kannten wir den Fehler noch, ne? Machen wir mal das Handelssystem rein. Und dann gucken wir, ob wir hier irgendwas handeln können. Ist aber nicht wirklich. Wir haben hier noch Lasermodulatoren. Und mit 26 Stück. Ich weiß den Preis nicht mehr. Kannst du hier billig kaufen wahrscheinlich. gar nicht. Äh, ja. Da ist das. Aufgaben gibt es jetzt hier keine. Taktische Karte einmal rauszoomen. Ist denn, Jungs von der Aufgabe. Tatsächlich ist Jungs von der Aufgabe. Einmal Karte angucken. Können wir weiter Nordwest fliegen. Das ist das Tor. Nordwest. Ja, dann nehmen wir das auch. Fliegen da einfach weiter durch, ne? Gut. Also hier ist nix. Nix von Interesse. Okay. Schauen wir mal in den nächsten Sektor rein, ne? Handelssystem. Ressourcen-Niveau, oder? Ja. Jetzt haben wir die Übersichtskarte, einmal raus. Passiert auch nix. Reparatur-Dock, Ressourcendepot, Handelsposten und der demokratische Clan von sonst wo. Okay. Karte geht nur nach West, nach Ost. Ich tendiere, nach Osten zu fliegen. Ost, Nordost, das ist es auch dann. Ja, taktische Karte raus. Und zu diesem Schicktor hin, ne? Das war es doch hier, aber da ist ein Asteroid vor. Okay. Mal gucken, dass wir nicht zu schnell dahin fliegen. Sonst knallen wir irgendwo gegen vielleicht. Okay. Wie ist das Tor aufgebaut? Wir müssen dann mal nach oben, irgendwo ein bisschen. So, klappt es, ne? Nächster Sektor, einmal reingeguckt. Ach so, den... Ja, ich glaube, wir fliegen nochmal gerade zurück, weil ich den C-Detektor da nicht benutzt habe. C-43-Detektor, ne? Dann gucken wir da nochmal gerade rein. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube, der ist nicht drin, oder doch? Gute Frage, ne? Ja, handelsroutenmäßig ist hier nämlich schon mal was. 722 kannst du das machen. Vom Handelnsposten zum Reparatur-Doc, und zwar Prozessoren. Wir haben jetzt noch... So sind die 126 Dinger. Ach so, wir können die ja gar nicht verkaufen, will ich ja keine haben. Alles klar, dann hat sich das hier erledigt. Prozessoren, ja... Sind... 125, die man dann... Näh, das lohnt nicht dafür. So, das Handelssystem gerade raus, und das C-43 rein, und siehe da, ist nichts Wichtiges hier. Gut. Das bedeutet, wir gehen wieder durchs Tor in den nächsten Sektor. Und dann schauen wir da rein. F9. Pudets, Tor gezahlt, okay. Jetzt müssen wir den einmal rausnehmen. Da rein. Das ist hier aber nichts. Gut. Gebühren, äh... Gebührenhandelssystem. Bringt nix. Okay, erledigt. Gucken. Wo M. Da M. Die sind misstrauisch. Die anderen sind freundlich. Das bedeutet, wir müssen diese Richtung vielleicht nicht unbedingt nehmen. Wir sollen vielleicht doch zurückfliegen, weil... Obwohl das Misstrauen können wir ja mal versuchen hinzukriegen, dass es wieder besser wird, oder? Gucken wir mal gerade hier, was für einen Auftrag die haben. Antigraf-Einheiten brauchen die. Kriegt man 2 Millionen für. Das wäre die Frage, wo die gibt. Aluminium, Raumjägerfabrik, Ressourcen-Depot, Metallplatten, Edelmetall. Handelsbosten. Ressourcen-Depot. Da gibt es das alle nicht. Das ist schon mal schade. Hm. Ja, da ist aber auch alles schon wieder so weit weg, um Mänze fliegen, falls es da welche geben würde, ne? Obwohl, bis dahin würde es nur ein paar Sprünge sein, ne? Ja. Ja. Dann müssen wir uns mal das Tor da anvisieren. Ost-Nord-Ost-Tor, das fliegen wir immer weiter an. Äh. War denn sonst noch was? Ich glaube nicht, ne? Ne, nur der eine war da wohl. Fliegen wir dann zum Tor. Gucken, was dahinter ist. Oh, hier sind Asteroiden, damit wir so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, vor unserem Tor ist so gut wie nichts, nur nötlich. Ja, das gehört zum Tor da oben mal. Ja, fliegen wir mal rein. Läuft, ne? So. Nächster Sektor. Müssen wir mal gucken. Ähm. Handelsbus, Kupfer, Raummiga-Fabrik, Kohlen, Solar, Solarkohlen, Ressourcen-Depot. Hm. Können wir mal gerade das Handelssystem wieder reinstecken. Ah, ne, das ist noch drinnen. Dann können wir reingucken. Verkaufen ist hier. Gibt aber nichts. Verkaufen ist hier. Aber das, was wir haben, wollen die nicht haben. Rot da raus, da rein. Passiert nix. Gut, hier gibt es auch keine Antigraf-Einheiten. Ich fliege mal nach Norden dann. Ne, taktische Karte wollte ich. Südost-Tor. Okay. Nord-Nord-West-Tor passt dann. Da ist es Nord-Nord-West-Tor. Okay. Da sind Asteroiden in der Nähe. Müssen wir aufpassen. Ja. Achso, wir müssen wir aufs Tor zählen, damit wir da auch durchfliegen können. Nicht so total da drüber. So. Passt. So. Gucken wir mal, was wir da so finden. Da möchte auch noch einer was haben. Und zwar. Dann müssen wir mal schauen hier. Was wir hier haben. Handelsposten, Edelgas, Kupferraum, Handelsposten. Ne, da ist jetzt nix. Und weiter geht es ja auch nicht. Das ist eine Sackkasse, war jetzt nicht so sinnig. Die haben wir ausgewählt. Was möchten die denn haben? Die von Silber und Fusionsgeneratoren. Fusionsgeneratoren. Gut. Aber ich denke mal, wir warten mit der Folge schon ziemlich lang. Das machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.